wir legen die pinsel so waagrecht zum tisch blätter auf jeden fall jede ist anders so wenn wir jetzt blätter haben jetzt da müssen wir überlegen wie die blätter diese adam jede muss anders richtung sein ja ok jetzt gucken wir die blätter willkommen dieser adam und dann hier wir können auch so gehen und dann wir können hier auch so kam wie gesagt versuche immer anders als die andere so dann kommen wir hier so wir können auch hier so sein wenn das ein bisschen mehr machen ist das ist nicht schlimmer werden wir brauchen nur eine blätter zu kriegen na so und dann wird zum beispiel hier wir können auch anders und zum beispiel von hier so eine andere richtung und dann hier und dann hier so und dann hier wir können hier auch so laufen ja das sind die blätter und wenn das zum beispiel hier so aussieht kannst du aber brauchst du nicht zum beispiel ich kann hier zum beispiel einmal durch ist auch ok aber braucht man nicht ja und deshalb das ist so ja wir machen drei strich drei mal eins zwei drei fertig ja und dann kommt zu den das ist das ja das ist dieser kosanthima blätter und dann kommt zu den das ist 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 Untertitelung des ZDF, 2020